Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt mal durch den Winnie-Zoo, ganz unabhängig aus meinem Darmstuhl, auf die Freude. Naja, nicht so richtig. Was denn? Ich weiß mir nichts. Wir fallen aber ein bisschen. Ich komme noch mal rein. Ich war ja nun leider nicht da, als Maschine die Fadenschaft übernommen hat, über Maschinchen. Ich freue mich aber umso mehr, dass ihr euch jetzt bereit erklärt habt, noch eine zweite Fadenschaft zu übernehmen. Bleibt ja dann quasi in der Familie. Und man kann es nicht anders sagen, Maschine hat einfach den besten Fanclub der Welt, wenn ich euch hier so sehe, mit welcher Begeisterung ihr das macht. Ich überreiche euch also diese offizielle Übgabe, Urkunde für die Badenschaft und das kleine Mädchen, das heißt Sternchen. Richtig. Auf Wunsch der Gattin von Maschine ist wohl ihr Spitznam aus Kindertagen gewesen. Und dann haben wir also jetzt ein Maschinchen mit seinen Sternchen. Genau. Und wenn es dann weitere Sternchen gibt, die bekommt dann Sternchen 1, 2, 3. Und da wir das Sternchen jetzt hier nicht rauszerren wollen, machen wir das natürlich wieder mit dem Double. Also, du wirst jetzt offiziell auf den Namen Sternchen getauft und wir wünschen dir ganz viele gesunde, glückliche Jahre hier im Zoo der Minis. Genau. Und bringe Maschine und allen Fans richtig viel Glück und euch natürlich vielen, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß mit eurer Truppe hier. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Jetzt kommst du schon aufs Foto, wenn du das Licht anmachst. Und jetzt noch ein Bild, wo du ganz mit der Ruhe kundet ihr vorne dran und so ein Glückes machen. So, etwas spät, aber ich möchte trotzdem noch mal alle recht herzlich begrüßen im Zoo der Minis in Aue zu unserer Fanclubveranstaltung Übernahme Tierpatenschaft. Es freut mich, dass alle, die sich angemeldet haben, erschienen sind und wie ich gemerkt habe, ist die Stimmung gut. Es macht Spaß und ich denke mal, so wird es so weitergehen. Ich soll von Dieter und Silvia ganz liebe Grüße euch ausrichten und sie wären natürlich gerne dabei gewesen, aber aufgrund der Teilnahme an Dieter auf Banz war es einfach zeitlich nicht machbar. Und ansonsten sehen wir uns dann sicher alle am 20.09. zum nächsten Fanclubtreffen im Tivoli in aller Frische und hoffentlich Gesundheit wieder. Danke. 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 Mein Leben Jedes hab ich nicht erkannt Manch ist auch verzeugt Doch ich habe immer was getrun Räume tromschener Raffenland Hab ich auch gefreut Als ich ihn kam, war es schon verstunden Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Bauern werden aufgebaut Bauern stürzen ein Doch sie können manchen auch erschlagen Wenn das Eis zu taunen wehen Füncht man auch schneller ein Doch die ersten Schritte muss man wagen Was bleibt, was uns bleibt Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Was bleibt, was uns bleibt Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Was bleibt, was uns bleibt Was uns bleibt, was uns bleibt Sind Freunde im Leben Was bleibt, was uns bleibt Sind Freunde in Leben